200 Gramm Dosen kommen tatsächlich zurück. Die Bundesregierung hat ihren massiven Fehler mit der 25 Gramm Regelung eingesehen und nimmt sie zurück. Was das für uns bedeutet, was die Dosen kosten werden und wann sie zurückkommen, das alles in diesem Video. Bevor wir zu den Infos kommen, nochmal ein ganz kurzer kleiner Rückblick. 2021 und 2022 gab es Gerüchte, dass die Bundesregierung plant, große Shisha Dosen, alles über 25 Gramm zu verbieten, um die illegale Arbeit von Shisha Bars zu unterbinden. Die Logik dahinter scheint wohl gewesen zu sein, wenn es keine großen Dosen gibt, dann können die Shisha Bars nicht illegalerweise große Dosen kaufen. Daraufhin gab es eine Anhörung, es gab viele Leute aus der Shisha Branche, die sich gemeldet haben und gesagt haben, Freunde, das ist ein massiver Fehler, das wird niemals so funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Das klingt in der Theorie gut, wird aber so niemals in der Praxis funktionieren. Und daraufhin hat die Bundesregierung zum Glück gesagt, machen wir trotzdem. Und so kam am 24. Oktober 2022 der Artikel 6 zur Tabaksteuerverordnung hinzu, der besagte nur noch 25 Gramm Dosen. Und der Shisha-Szene ging es zu dem Zeitpunkt, das war so das Ende von Corona, gerade sowieso nicht so gut. Die Hersteller und Shops haben sich sehr krass an super Zahlen aus der Corona-Zeit gewöhnt. Die sind dann natürlich irgendwann wieder in den Keller gesaust, als Corona vorbei war. Und dann kam noch diese Hiobs-Botschaft und das war für viele kleine Shops, für Tabakhersteller, für Zubehörhersteller, für Shisha-Hersteller ein krasser Schlag ins Gesicht. Und da ging es erstmal ganz schön nach unten. Und so kam das dann auch leider, dass einige von den Shisha-Shops und von den Herstellern von Tabakproduzenten schließen mussten und sie heute nicht mehr gibt. Und was auch passiert ist, hingegen der Erwartungen unserer Bundesregierung, die dachten, wenn diese Regelung kommt, dann werden die Steuereinnahmen in die Höhe schießen, ging die Tabaksteuer geisteskrank in den Keller. Dementsprechend wurde uns aber natürlich ein bisschen Fläche gegeben, um zu sagen, Freunde, das war vielleicht doch nicht so eine geile Idee, wie ihr vorher gedacht habt. Und hier sind die Steuerzahlen und die beweisen das. Und zum Glück haben wir mittlerweile einen Verband für Wasserpfeifentabak unter der Führung von Volke Reger und die haben sich geisteskrank ins Zeug gelegt. Die haben massive Pressearbeit geleistet, Aufklärungsarbeit geleistet und unter anderem wegen den Beiträgen von dem Verband und von vielen anderen Leuten auch noch, ist dann tatsächlich irgendwann das Unmögliche geschehen. Und die Bundesregierung hat ihren Fehler eingesehen und die haben gesagt, dann machen wir das jetzt nicht mehr. Und nach vielen Gerüchten und viel Bangen und viel Hin und Her hatten wir dann schwarz auf weiß die Bestätigung, zum 1.07.2024 ist die Regelung aufgehoben. Was bedeutet, ab heute gibt es wieder große Packungen. Maybe aber auch noch nicht und damit kommen wir zu den ganzen Fragen rund um dieses Thema. Weil das das Schreiben rauskam, ist nur wenige Wochen her. Und dann stellt sich natürlich die Frage, schaffen Shisha-Tabakhersteller das überhaupt so schnell, wieder 200 Gramm Dosen zu produzieren, zu verschicken, in die Läden zu bekommen und schaffen das, die Großhände das noch einzusortieren? Also es war sehr, sehr wenig Zeit für ein sehr, sehr großes Projekt von sehr, sehr vielen verschiedenen Firmen. Es gibt aber sogar zwei Probleme. Eins davon ziemlich offensichtlich, wie eben schon angesprochen, die Hersteller müssen halt erstmal wieder 200 Gramm Dosen produzieren können, Zeit haben und auch am Ende tatsächlich tun. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, so eine große Produktion, die soll ja in der Regel nicht leer laufen. Das kostet ja alles Geld und Geld will man lieber verdienen und nicht verbrennen. Also sind diese Produktionen meistens ausgeplant mit einem genauen Plan, dann wird das produziert, dann wird für da produziert und so weiter. Da jetzt mal auf die Schnelle so noch was reinschieben, geht bei manchen vielleicht schon, bei anderen wiederum aber auch nicht. Und selbst wenn die Hersteller noch alle Maschinen haben und noch Produktionskapazitäten haben, dann können sie es produzieren. Und dann kommen wir zu Problem Nummer zwei. Auf euren Tabakdosen sind nämlich immer diese wunderschönen Steuersiegel hier. Und die Tabaksteuer ist eine sogenannte Verbrauchsteuer, was bedeutet, wenn ein Hersteller diese Dose irgendwann für 4,99 Euro verkaufen will, dann muss er erstmal in Bünde bei der Zollstelle diese Steuerzeichen einkaufen. Dann kann er das in seinem Steuerlager auf seine Tabakdose kleben und erst dann darf diese Dose sein Steuerlager verlassen und raus zum Verkauf. Diese Steuerzeichen muss man aber auch erstmal bestellen, dann muss das bearbeitet werden, dann müssen die versendet werden und dann kann das Ganze weitergehen. Und das dauert leider auch nochmal ein kleines bisschen. Wie lange und wie schnell kann gerade noch keiner sagen, weil noch kannst du die Steuerzeichen nicht bestellen, sondern erst ab heute, dem 1.7. Und wann die dann bei welchem Hersteller ankommen und wie schnell die Bestellung verarbeitet wird und wie schnell die rausgehen und wie viele da direkt reinkommen. Das sind also die zwei Variablen. Einmal, wie schnell können die Hersteller produzieren und die zweite, wie schnell kommen die Hersteller noch an die Steuerzeichen, sodass sie die Dosen wirklich verkaufen können. Ich habe da ein paar Hersteller angeschrieben und habe die mal gefragt, wann denkst du denn, wann euer Tabak wieder kommt und hast du schon einen Preis im Kopf und was wird das so ungefähr? Und die sage ich euch alle nochmal am Ende. Aber es gibt noch ein paar weitere Fragen. Eine Sache, die man sehr, sehr oft hört, ist, dürfen Bars dann auch 200 Gramm oder gar mehr kaufen? Nein, es wurde nur der zusätzliche Artikel, dass nichts Größeres als 25 Gramm mehr hergestellt werden darf, wieder aufgehoben. Das heißt, im Grunde ist es jetzt wieder so wie vor dem 24. Oktober 2022. Und auch damals durften Bars noch keine großen Dosen benutzen. Das heißt, nein, auch jetzt dürfen Bars keine großen Dosen benutzen. Und da haben wir noch ein zusätzlich kleines Problemchen. Weil wo Shisha Bars früher vielleicht illegalerweise 200 Gramm statt 25 Gramm gekauft haben, haben sie ja immerhin noch auf den 200 Gramm Dosen Steuern bezahlt. Nicht die richtige Menge und es war trotzdem komplett illegal, aber immerhin einen gewissen Steuerbetrag haben sie bezahlt. Jetzt wurden sie durch die 25 Gramm Regelung noch mehr in die Illegalität getrieben. Das ist nichts Gutes, das sollten die natürlich trotzdem nicht machen, aber es ist halt so passiert. Und jetzt haben die halt ihre Kontakte mit dem Schwarzmarkt und jetzt wissen die halt, wo man sich günstig Tabak einkaufen kann. Und meine persönliche Vermutung wäre, dass das maybe einige weitermachen, weil es halt trotzdem immer noch günstiger ist, als 200 Gramm mit einem gescheiten Steuerzeichen zu kaufen. Könnte also ein bisschen zu spät sein. Nur eine persönliche Idee von mir. Die nächste Frage, die oft aufkommt ist, gilt TPD noch? TPD war auch eine Anlage bei einem Tabakgesetz, das besagt hat, dass kein Minze, Menthol und viele andere Inhaltsstoffe, zum Beispiel Citrullin, das ist ein Bestandteil von Zitronentabak, der darf in Deutschland nicht mehr drin sein. Deswegen schmeckt teilweise dieselbe Sorte von Tabak im Ausland deutlich besser als in Deutschland. Im Großen und Ganzen sind wir da aber relativ gut drum rum gekommen. Es gab Lösungen wie Fog Your Life, sodass wir trotzdem TPD-Tabak haben durften. Und es gibt Hersteller, die sehr, sehr gute Ausweicharomen gefunden haben. Und das bleibt leider auch. Auch TPD hat nichts mit dem Artikel 6 zu tun, der damals verboten hat, größere Packungen abzupacken. Was drin ist, ist immer noch dieselbe Regelung. Eine andere häufig gestellte Frage war, kommen auch Kilos wieder? Und ja, zum Glück, es kommen auch Kilos wieder. Wie gesagt, es wurde die Beschränkung von 25 Gramm aufgehoben. Das heißt, wir sind wieder bei denselben Regeln wie vorher. Und damals gab es ja auch Kilodosen. Manche Hersteller machen 250 Gramm. Da kann sich jetzt jeder austoben. Es gibt keine Mengenbegrenzung mehr. Und für alle Sparfüchse unter euch, die Frage, gibt es auch weiterhin Pfeifentabak? Und die einfache Antwort ist, ja. Die komplexere Antwort ist, wir müssen gucken. Von vielen Herstellern wird es wahrscheinlich weiterhin Pfeifentabak geben. Andere werden gucken, wenn sich der Pfeifentabak nicht mehr verkaufen wird, dann wird der halt aus dem Sortiment genommen. Es wird auch weiterhin 25 Gramm geben bei vielen. Wenn die sich nicht verkaufen, werden die aber vielleicht aus dem Sortiment genommen. Es kommt darauf an, was ihr am Ende des Tages kauft und was sich für einen Hersteller lohnt. Ich persönlich würde mich freuen, wenn es weiterhin noch 25 Gramm Dosen gibt. Und die muss es ja eigentlich für die Shisha-Bars geben. Weil dann kann man auch easy mal was probieren und muss nicht immer direkt eine große Dose kaufen. Und genau wegen dieser Unsicherheit, kaufen die Leute Pfeifentabak, wollen die Leute 200 Gramm, wie viele kaufen noch 25 Gramm, wollen die Leute Kilos, sind die Hersteller gerade ein bisschen unsicher oder verunsichert. Keiner kann so richtig gerade abschätzen, was wird im Markt passieren. 25 Gramm sind rausgekommen und wurden gekauft. Irgendwann kam der Pfeifentabak dazu, dann wurde weniger 25 Gramm gekauft. Jetzt kommt 200 Gramm zurück, kauft dann noch jemand Pfeifentabak. Es ist gerade ein großes Durcheinander und deswegen fehlt den Herstellern da irgendwo so ein bisschen die Info. Und deswegen eine Frage an euch, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze? Wollt ihr nur noch 200 Gramm? Wollt ihr nur Pfeifentabak kaufen, weil es günstiger ist? Wollt ihr nur 25 Gramm? Was möchtet ihr am liebsten haben? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt. Das Video ist relativ spontan, das heißt super viele Hersteller haben mir so schnell nicht zurückgeschrieben, aber wir haben zumindest schon mal einen kleinen Überblick von ein paar Herstellern und da können wir uns ja so ungefähr vorstellen, wie das Ganze dann preislich am Ende des Tages wird bei den meisten. Ein paar Ausnahmen zu der Regel wird es mit Sicherheit geben. Und bevor ich euch die Preise nenne, noch eine wichtige Info. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, warum Shisha-Tabak teurer wird. Und es gibt eine gestaffelte Erhöhung von der Wasserpfeifenzusatzsteuer, die je nach Jahr obendrauf kommt. 24 war ein Ausnahmejahr, weil Track & Trace kam, was auch nochmal viel Geld von den Herstellern verlangt hat. Aber 25 gibt es noch eine Tabaksteuererhöhung und 26 ebenfalls. Das heißt, es ist immer ein bisschen die Frage bei den Tabakherstellern, welche Banderole, welchen Preis kleben sie jetzt letztendlich drauf und müssen sie dann 25 nochmal erhöhen und müssen sie 26 nochmal erhöhen oder nehmen sie jetzt einen Preis, der auch für 25 gilt oder sogar auch für 2026 gilt. Also da ist auch ein bisschen unterschiedlich. Könnte zum Beispiel einer jetzt relativ günstig anbieten, dafür wird er nächstes Jahr erhöhen und übernächstes Jahr erhöhen. Ein anderer Hersteller könnte sagen, ich mache es lieber jetzt ein bisschen teurer und das ist der Preis für die nächsten drei Jahre. Unterm Strich wird man hoffentlich bei den meisten ungefähr ähnlich rauskommen über einen längeren Zeitraum. Okay, der erste, mit dem ich telefoniert habe, war Oz. Und Oz hat mir gesagt, vermutlich 26,90 Euro für 200 Gramm Virginia. Er will 25 Gramm, 200 Gramm, 1000 Gramm und auch 65 Gramm Pfeifentabak weiterhin machen. Und er hofft, dass das Ganze noch vor dem 1. August in den Handel kommt. Das sind alles nur Ideen und Hoffnungen und erste Einschätzungen. Nehmt davon nichts zu ernst. Es soll keiner danach sagen. Der Marvin hat gesagt, es kommt am 1.8. zurück. Das ist nicht richtig. Bei Adalia habe ich so schnell leider niemanden erreicht. Ich habe aber hier und da Gerüchte aufgeschnappt, dass das Ganze wohl für 23,90 Euro sogar zurückkommen soll. Und das wäre auf jeden Fall schon mal preislich. Das ist wirklich ultra krass. Ginny hofft, dass sie es bis zum 1. August schaffen und liegen dann bei 24,90 Euro. Blackburn, Must Age und Sebero ist noch nicht so ganz klar, wird vermutlich aber ein bisschen länger dauern. Wahrscheinlich erst so Richtung Herbst, also sowas wie Oktober rum und wird wahrscheinlich zwischen 32 und 33 Euro liegen. Was aber verglichen mit den jetzigen 25 Gramm für 6 Euro immer noch 30% Rabatt bedeutet. Also immer noch geisteskrank. Es klingt erstmal sehr teuer und es ist auch deutlich teurer als früher, aber schließ bitte mit früher ab. Das sind einfach nicht mehr die Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und verglichen mit unserer jetzigen Situation haben Dark Blend Raucher ab dem Herbst 30% Rabatt auf Wasserpfeifentabak, wenn man so will. Gibt keinen Rabatt, aber ihr versteht schon. Und wo wir gerade bei Dark Blend sind, Blaze wird auch 32,90 Euro kosten und sie hoffen ebenfalls auf den August, klang aber noch relativ unsicher und wie gesagt, die Daten sind eh ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und als letztes habe ich noch eine Antwort von Hookain zu ihrem Virginia Tabak bekommen, der soll 26,90 Euro kosten und sie wollen ebenfalls weiterhin auch den Pfeifentabak anbieten und Fog Your Life anbieten. Also auch da hat dann jeder die Wahl, den günstigen Pfeifentabak kaufen oder den Wasserpfeifentabak kaufen für 26,90 Euro. Kurz zusammengefasst am Ende, man kann festhalten, der Virginia Tabak wird irgendwas zwischen 24 und 27 Euro kosten und Dark Blend wird wahrscheinlich so zwischen 30 und 35 Euro kosten. Das ist für Virginia Raucher kein riesiger Unterschied beim Preis, es ist aber viel weniger Müll, es ist viel weniger nervig und overall einfach wieder eine viel bessere Experience für uns. Und für Dark Blend Raucher stimmen die Punkte auch, plus es wird im Vergleich zu den kleinen Dosen auch nochmal deutlich, deutlich günstiger als vorher. Freunde, ich bin unglaublich froh, dass das tatsächlich passiert ist. Ich wollte den Gerüchten am Anfang so lange nicht glauben. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch mit.